Hallo Leute, wir haben noch eine neue Folge... Infos. Nein. Also zwei neue Info-Videos. Warum jetzt so plötzlich ein Info-Videos hat zwei Themen. Es war ein etwas kleineres, was... Ja, okay. Einfach etwas kleineres, sondern etwas größeres. Obwohl eigentlich die zwei groß. Das erste Problem betrifft dieses Geil. Wie ich jetzt fand, jetzt habe ich es nicht so aktiv. Donnerstag, äh... Mit dem Neustrassiges 9. und so weiter. Zwei Tagen habe ich jetzt wieder keine Videos gemacht. Das war wieder supertoll. Jetzt hast du mich schon wieder alle. Also eigentlich seit einem Tag, also ich habe gestern wieder kein Video gemacht. Und am Freitag möchte ich nicht eher... Ich würde diesmal auch jetzt... Also diese Woche haltens bekommen. Nächste Woche natürlich darauf auch noch... Das war das eine. Dann... Eigentlich sind sogar ein Streit hier. Also wenn man jetzt aber alles zusammen knisset halt, wir immer. Ob er war noch, was all diese Kanade trifft... Auf jeden Fall, ähm... Vielleicht haben es schon mal schon bemerkt. Normalerweise sollte eigentlich heute... Spiderman kommen. Aber ich weiß schon, ich habe die Lust verloren. Das hier aufziehen. Ich habe mir so ein wenig Material angeschaut. Holt. Hab bin eigentlich nicht gesponert. Ich habe nur noch etwas gesehen. Ich habe das schon gesagt. Ich habe da... Ich bin doch... Ich habe mir etwas... Ein paar Sachen angeschaut. Und dachte mir so... Okay, nein, das wird vielleicht noch nichts. Es ist nämlich etwas anderes. Soll es sein. Etwas neu. Ein anderes. Also ein neues Projekt. Aufnehmen. Das auch schon heute um 8.30 Uhr rauskommen wird. Was ist... Das ist ein Verständnis. Natürlich ist verständlich. Aber dies schon versteht. Vielleicht haben wir noch mal gesehen. In der Kanal nicht versteht. Das heißt, ihr könnt ihr schon zeugteln, bevor es eigentlich losgeht. Als eigentlicher Anschauung. Also wir schon zu Bescheid weiß. In Bescheid wissen halt... Wissen halt... Dass das... Dann noch etwas anderes. Etwas Neues. Jetzt. Was vielleicht man sich überrascht. Manche erinnern sich noch... Vielleicht auch mein Zweitkanal. Ja, ihr habt richtig gehört. Für die neuen Zuschauer denkt sich... War mein Bein bei den Zweitkanal. Ich hab nämlich vor 8 Monaten... Hab mal so eine Zweitkanal gemacht. Wo ich nur endlich wollte. Das hat für... 12 Tage oder so glaube ich... Funktioniert und dann... Habe ich... Seit jetzt 8 Monaten... Nichts mehr gemacht. Einfach. Weil ich... Zu dem Zeitpunkt... kann die Schule mehr... Exkrieg sich Stress gemacht. Ich glaube glaube ich... Zum gleichen Zeitpunkt... Ich glaube ich sogar... YouTube auch für eine Katze... Kurzzeit wieder mal da... Posiert... Glaublich... Ich bin mal... Ich bin mal... Ich bin mal... Ich bin mal... Wenn es um... Zurückdenken geht... Ich bin mir nicht mehr sicher. Und jetzt bin ich mir noch... Und jetzt bin ich mir noch... 18 Uhr schon... Ein Video rauskommt... Da kann ich mir schon... Zum Beispiel... Einfach schon bevor... Das ein... Eigentliche... Video... Von... Er... Erster Kanal rauskommt... Einfach nur als Beispiel... Damit jetzt auch heute... Video zuvor... Aber... Eine Wahl und gebe euch... Dieser Kanal ist... Komplett auf Englisch... Nicht nur auf Englisch... Aufheber ist nur... Komplett auf Englisch... Das heißt... Wenn hier kein Englisch versteht... Dann wird es ein Bild... Problematisch für euch... Ich werde wahrscheinlich auch... Etwas sagt schon voraus... Ich werde zu gut wie mich... Probieren Englisch zu reden... Also ich kann eigentlich... Sehr gut reden... Für Gott gespuckt... Super... Auf jeden Fall das Problem... Ich weiß... Ich weiß... Das war auch... Wo ich angefangen habe... Auch... Ich weiß nicht... Aber... Sobald die Kamera anging... Konnte ich nicht mehr reden... War mein Englisch weg... Da war mein Englisch... Ich will es einfach in Mülleheim... Aber wirklich... Und mit den Nasen nicht zu kosten... Auf jeden Fall... Ich will es probieren... Diesmal besser zu machen... Bei diesem Versuch... Und ja... Der Aufbettplan halt... Der neue ist halt schon bereits... Ich habe auch... Dementsprechend auch den Kanal... Das Kanal Bild... Auch gerne... Den Kanal... Nein... Den Kanal Bonner habe ich gerne... An dem Start steht ganz groß... Reset... Ne... Reset... 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 Aber... Schloss... Aber... Die... Die... Wohl rất... Die... Ich bin... �ner... Aber... Schlaismus... Die... Wohl irree... ISS... Les Cecil... Der ist nachgl欲ig... Dann war eine Temple also mit..." Ok... wenn er sich nicht so viel das war auch wenn du sagen würde was Prozent jetzt passiert auf jeden Fall der ersten Teil der Halt Prozent etwas damit zweimal passiert neues Projekt jetzt halt und hohe und auf jeden Fall noch heute war die Zeit Zeit der Stelle und ich habe so viel zu tun ich habe jetzt vier Videos auf 10 nämlich einmal zwei Videos für den Hauptschell und zwei für den Neben-Channel also Tentern wie immer der Ursprung ausgaben wird sich mal unterdacht sogar etwas im Ape das macht Spaß ich werde wahrscheinlich erst was sie schon muss sich in drei Stunden eine Uhr bekommen aber egal oder muss schon schon aber das ist keine Sau auf jeden Fall jetzt hat die informiert was hier alles passiert jetzt zwei Kanäle wieder belegt eigentlich ist die Bescheid keine solche Überholung wird und ja ich schaffe den Vorsicht ich hoffe ich nicht vergesse in der Videobeschreibung verlinken ich war auch aber scheinlich Prozent und jetzt um das Video hochkommt wahrscheinlich ist auch um die Prozent zweiter und checkt second-channel auch wahrscheinlich Video rauskommt wo ich halt aber auch das erklären nur halt auf Englisch deswegen macht Spreut auf Englisch Fähigkeiten weil ich würde schon so komplett fehlen das habe ich noch ganz aufgenommen das sind jetzt hat er komplett informiert über heute was jetzt passiert das habe ich jetzt schon vor einer Minute und verkauft aber ja auf der Wart neues Projekt auf Prozent ersten Tage schon probieren jetzt sind nicht wieder so Prozent so die das Auslösen und die ich jetzt letzte Woche gemacht habe und schreckt an den zwei Elzern wiederbelebnis nicht belegen und in den die sich Eier auf der Fall ich höre auf ihr Freude starren diese große Veränderung zumal soll auf die Zeit und können auf dem eigentlich also Hauptschalte als ich eigentlich so viel hat dass er ausbreitet auch um der Sechmix Kostel auf der Tische jemanden viel gefällt sich neu prägt was für uns gut zu erschaffen der mehr Bewertung durchführen und ich bin die Köln die Spielschreie ich hoffe ich wollte die Kirche über dieses Prozent lieber diese große Veränderung heute ja doch großveränderung feiner und ist ein Stück gut als freund und er hat mir der Zeit in Schale Erlern der Mainz hat er ist in der Videobeschreibung verlinkt sie die Woche festgelegt und natürlich ist aber nicht kompaktiert werden verliebt wir sehen uns dort auf den zweiten Schnellen aber für den Städten die Doppel und dann wenn ihr kein Städt probiert hat gar nicht obwohl doch nicht mehr stammt durch englisch werden er schluss jetzt aber gibt es nur noch nicht mehr auf der zweiten Schnellen auf sich bei der Stadt verhalten das war's schön